Coronavirus. Ja, der Coronavirus begleitet uns schon jetzt sehr lang und es gibt so viele Meinungen, so viele Aussagen und ich möchte einfach nochmal ein paar, drei Punkte dazu hier ein bisschen näher dir bringen, die im Moment aktuell ganz heiß diskutiert werden. Das ist zum Eisen die zweite Welle. Erwartet uns eine zweite Welle? Wann kommt die zweite Welle? Dann ist es Masken. Aufbereitung ist das möglich? Hier gibt es neue Studien in Deutschland. Welche Maske kann ich wie aufbereiten? Und die dritte, wie kannst du dein Immunsystem eigentlich so stark machen, dass du dich optimal auf Krankheiten grundsätzlich vorbereiten kannst? Also, fangen wir an mit dem Video und den drei Punkten, die für dich jetzt wichtig sind. So, fangen wir an. Erstens mit dem Masken-Thema. Masken regenerieren, also wieder aufbereiten. Hatte ich schon mal ein Video dazu gemacht. In Amerika gab es diese Studie, wo gesagt wurde, wie du die Masken vielleicht aufbereiten kannst. Das war der Zeitpunkt, als zu wenig Masken verfügbar waren. Das war der Zeitpunkt, wo wir nicht wussten, wer braucht alles Masken. Jetzt haben wir wirklich genügend Schutzausrüstung. Es kommt immer mehr an und es kommt auch endlich wieder Qualität an, weil vorher war auch viel Fake dabei. Das heißt für dich, die Community-Masken finde ich ganz, ganz weltklasse, weil hier gibt es kleine Schneidereien, kleine Leute, die sich Masken machen, so kreativ, so schön. Ja, und es macht auch Sinn, weil eine These ist, je mehr Tröpfchen in Mund, Nase, Augen kommen, desto schwerer der Verlauf von der Erkrankung Covid-19. Das heißt, Masken sind grundsätzlich sinnvoll, um sich zu schützen und andere zu schützen und deswegen die Kreativität gefällt mir super. Hierfür gerne einen Daumen hoch oder zwei sogar. Und die kannst du natürlich dann auch waschen und regenerieren. Das heißt, das passt gut. Bei den ganzen medizinischen Produkten, wovon ihr wirklich gucken müsst, sind es medizinische Produkte oder sind es Fake-Ware, da ist es so, von der Aufbereitung wurde ja gesagt, man kann es in Hitze machen. Hier in Deutschland wurden jetzt verschiedene Studien gemacht mit der Ware, die jetzt auch neu angekommen wurde. Wo das eigentlich nicht zu empfehlen ist. Das war auch nur zur Not. Und ich würde jetzt wirklich sagen, bitte, bitte nutzt auch die Mengen, die jetzt da sind, um immer genau wieder ein neues Produkt zu haben in der Pflege, in der Apotheke, beim Arzt, im Krankenhaus. Immer wieder die Masken neu aufsetzen, um den maximalen Schutz für jeden zu haben. Ich finde grundsätzlich Masken, dass man sie grundsätzlich tragen muss, nicht richtig. Bei Kindern ist es extrem. Kleinkinder, auch größere Kinder, die lernen noch so viel von der Mimik. Hier müssen wir andere Lösungen finden. Und auch natürlich die Gruppe, die einfach auch von den Lippen oder von der Gestik Mimik abliest und dadurch einfach die Umwelt wahrnimmt. Hier müssen wir auch Lösungen für finden, weil wir können nicht im Endeffekt Masken einfach als gegeben sehen, sondern dann, wenn man sie wirklich braucht. Das heißt, auch wenn ihr alleine im Wald seid, wenn ihr spazieren geht, nehmt die Masken runter, lasst Sauerstoff in eure Lungen und nur, wenn ihr in Kontakt mit anderen potenziell, sag ich mal, Erkrankten kommt, dann macht das Sinn. So, das war das Thema Masken. Das zweite war die zweite Welle. Herr Drosten hat gesagt, es kommt die zweite Welle. Meint ihr damit, dass die erste Welle schon vorbei ist? Dieses, was ich euch dazu sagen kann, ist, Coronaviren grundsätzlich, jetzt nicht dieser neue Virus, aber grundsätzlich haben ihren Höhepunkt zwischen November und Ende April, Mai. Das heißt, wenn die Coronaviren, sag ich mal, hier identisch sind zu unserem jetzigen SARS-CoV-2-Virus, dann könnte es sein, dass wir jetzt ein Abflachen haben aufgrund von saisonalen Effekten. Das bedeutet, wenn im Oktober, November das Ding kommt, könnte Herr Drosten recht haben mit der zweiten Welle. Aber das Schöne ist, wir können jetzt dann, wenn das so stimmt, wirklich ein Abflachen der Kurve haben. Und dann sollten wir uns noch nicht zu sicher sein, aber auch vorbereiten auf die theoretische zweite Welle. Und hier gibt es verschiedene Dinge zu tun. Wir müssen genügend Schutzausrüstung haben, wir müssen genügend Medikamente haben zur Verfügung. Das heißt, wir haben dann Zeit und müssen uns vorbereiten. Und hier möchte ich auch gerne auf deine Fragen nochmal genauer eingehen, weil das Wichtige ist, dass du weißt, was los ist. Und der dritte Punkt ist, ich werde jetzt immer mehr Themen machen, wie ich mein Immunsystem stärke. Dazu wird es verschiedene Videos zum Thema Schlaf, weil hier habe ich drei Monate mich selber getestet mit einem messbaren Schlaftracker. Und das Thema wird auch Immunsystem sein, das Thema wird auch ein bisschen Bewegung und Ernährung sein. Und das Thema wird einfach sein, wie kannst du dich so fit machen, dass Krankheiten für dich entweder vielleicht unmöglich sind oder dass du einfach viel, viel gesünder bist. Und wenn das für dich interessant ist, dann abonniere auf jeden Fall meinen Kanal, gib mir einen Daumen hoch und teile es gerne mit Leuten, die dir wichtig sind. Ich freue mich von dir das nächste Mal zu hören. Mach's gut, dein Frank.